Wir von EFA sind laufend darum bemüht, den Arbeitsalltag unserer Partner zu erleichtern. Das EFA Partnerportal spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Vorteile des EFA Partnerportals sind, ich kenne den Stand meiner Bestellung, ist noch in Produktion oder schon abholbereit. Das heißt, dementsprechend kann ich die Kunden informieren und sagen, Schlüssel da oder im internen Projekte so planen, dass meine Techniker immer ausgelastet sind und ich keine Leerzeiten habe. Der Altanlagenzuschlagsrechner der Firma EFA im Partnerportal dient dazu, dass wir den Preis für den Kunden sofort ermitteln können. Und im Downloadbereich finde ich die wichtigsten Dokumente rund um die Uhr. ... So ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020